Oh, wir sehen, ihr seid so weit, dann sind wir es auch, Bruder Fliedus, an die Sackbeifel. Alle zwei Jahre wird auf Burg Fondern die Zeit für einige Jahrhunderte zurückgedreht. Denn der Förderkreis Burg Fondern e.V. lädt zum großen Ritterfest ein. Über 40 Handwerker und Händler, sowie über 25 Lagergruppen mit mehr als 450 Aktiven, stellten die Zeit von 1000 bis 1500 n.Chr. dar. Die Bürger von Fondern haben zu danken. Das diesjährige Jubiläumsritterfest stand unter dem Motto Andere Länder, Andere Sitten. Die Veranstalter wollten zeigen, dass auch schon vor 1000 Jahren viele Einflüsse aus anderen Ländern in den deutschsprachigen Raum getragen wurden und dies kein Phänomen der Neuzeit ist. Untertitelung des ZDF-DF-DF für Ebene batele suck. Untertitelung. BR 2018